ich würde sagen wir schlafen und dann ja ja genau das auch geht noch gar nicht würde ich jetzt auch so sagen naja ich habe das auch jetzt mal alleine gespielt forest man hat mir direkt so ein floß und ein hausboot gebaut aber das hausboot ist ganz schön beschiss weil dort kannst du nicht schlafen oder speichern nee nee das ist einfach nur also als wenn du hier diese hütte hast aber ohne halt diesen speicherpunkt und schlaffpunkt du musst dir wirklich ein bett und bauen echt ja ja also ist schon ein bisschen blöd naja aber es ist irgendwie weiß ich nicht wenn man das alleine spielt ist das nicht so lustig ne das stimmt schon alleine ist doof vor allem hast du keine augen hinten also man muss die ganze zeit immer damit rechnen dass sich irgend einer von hinten angreift und so können ja zwei mehr sehen ganz genau bis zu wieviel mann kann man das eigentlich spielen ich glaube vier glaube ich soll die ganzen fallen fertig machen ja genau ganz kleines stück noch jetzt perfekt camp out habe ich auch gerade okay so dann fange ich mal an hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu the forest ja und auch bei mir herzlich willkommen zum let's play the forest im multiplayer projekt ganz kurz zur info und zwar ist mir eine stunde und elf minuten verloren gegangen aber nichts weltbewegend ist wir haben wie man sieht die mauer hier fertig zwei stöcke ich erst mal wir haben da vorne ein tor reingebaut hinter der mauer also im außengelände sehen wir gleich da mal schnell hin zeigst den leuten ja damit sie sehen dass was wir gemacht haben hier haben wir fallen aufgebaut aber diese happy birthday falle ist das glaube ich ja das ist ja ja und da sind wir halt dran jetzt noch an bearbeiten und fertig stellen halt mehr haben wir an und für sich eigentlich auch gar nicht das hat schon echt viel 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 zeit gekostet eine ganze stunde ja genau das war schon heftig was brauchen wir eigentlich noch wir brauchen noch einmal holzstämme und holzstämme der war gut baumstämme und holz genau zwei baumstämme 64 stöcker brauchen wir noch zeitbombe das ist eine zeitbombe wo hast du die denn steht da unten links sammelzeitbombe 0 von 1 aufpassen übrigens muss aufpassen wenn du hier in den wald gehst ich habe hier fallen aufgestellt auch echt ja hier wo ich stehe hier in dem bereich sind fallen ach so es ist einmal ein stolperdraht hier ist genau hier ist der stolperdraht wo ich jetzt stehe ach da ich sehe ja da unten bisher dieser blätterhaufen die man anzünden kann ja genau genau das oder ist vorne ja ich glaube der ist vorne ich wollte erst mal ausprobieren obwohl ich muss sagen muss das ist das glaube ich gar keinen sinn macht den eigentlich zu bauen hallo fällst du mal um so super jetzt brauchen wir nur noch die kleine genau die zwei baumstämme ich nehme die mal schon mal hier die müssen hier nicht sondern hierhin ja jetzt brauchen wir noch stöcker aber ich nehme die großen wir haben ja noch zwei große ich muss selber mit aufpassen dass ich hier nicht in meine falle laufe ja das wär's ach ja heute höre ich dich auch ein bisschen besser ich habe kein tastaturgeräusch in den ohren ja super dein mikrofon steht wieder perfekt ja siehst ja ja ich habe das wieder umgestellt ein bisschen so eine ist wieder fertig ich habe schon wieder ein stein wie viel brauchen wir dann auch noch viel ja ein bisschen so stöcker 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 ja hier sind gut sträucher also stöcker haben wir hier recht genug wo müssen wir denn da nicht hier die blauen beeren kann man essen genau die blauen ja nur durch die roten ok gut sonst haben wir hier vergiftung ja genau dann vergiftest du dich soll dies auch fertig was schreit er denn hier so rum war doch jetzt gar nichts so eine frische brise weht auf ich habe übrigens mal überlegt warum das sein kann dass du letztens anpflanzen konntest und ich nicht und zwar hat es doch davor also bevor du halt gepflanzt hast hat es doch geregnet ja es könnte sein dass die erde erst nass sein muss da dass man da irgendwie was anpflanzen kann ich habe keine ahnung also damit mit der materie habe ich mich noch nie so beschäftigt also es wäre so der eins das wäre das einzige wo ich mir denken könnte dass es daran liegt ja das kann sein also ich weiß es jetzt nicht aber ich habe ein bei mir ein youtuber freund der spielt echt richtig geil also vorwärts und der weiß das mit sicherheit der heißt to be a red line gaming wo jetzt habe ich die falle ausgelöst ups bist du jetzt in die falle rein ja war nur davor ein glück und der wird uns mit sicherheit auch das beantworten können also wenn du das hörst dann schreib uns doch einfach mal rein wie wir das mit den garten hinkriegen beziehungsweise warum ich die samen anpflanzen konnte im garten ob das mit den regnen zu tun hat oder nicht da du hast den grünen daumen daran wird es liegen fertig schön fallen oh mein gott ja hast du das geschehen solltest du nicht das solltest du nicht rein ich bin da gar nicht rein ich bin irgendwie auf den stein gegangen und dann bin ich irgendwie geflogen aber cool so haben wir fertig schöne sache wieder 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 gleich wieder an ganz oben ist auch noch eine oder komme ich nicht ran die fliegt weg so ich bin durstig und hungrig das heißt ich sollte auf jeden fall mal was auf dem grill legen guck mal dass wir unseren vorrat auch mal wieder voll machen hier mit den kleinen bäumchen und so ja das sollten wir auch mal tun so fleisch habe ich drauf wie sieht es aus mit trinken haben wir was drin ja oh mein gott krieg husten das habe ich immer in der aufnahme husten ja das ist schlimm das ist echt das hat nichts gebracht warum nicht da muss ich mir doch glatt noch ein steine gehen nicht mehr gut auch unsere pflänzchen wie schön ich ernte die jetzt mal ja gut das kannst du nur essen ich ernte die mal guck mal aha da kannst du jetzt auf jeden ja ich kann konnte jetzt neu pflanzen ja ja hat funktioniert cool ach guck mal hier sind die blaubeeren die können wir essen super das ist ja perfekt ja sehr schön dann haben wir schon mal unseren weil hier fertig ein tor haben wir eingebaut zwar noch ein kleines aber das reicht ja wollen wir mal ins nachbarsdorf übergehen können wir sofort machen ich habe jetzt die blaubeeren gegessen meinst du die wachsen da jetzt neu da dran oder man muss neu pflanzen glaube ja doch ich glaube die wachsen nach wir warten einfach mal aber jetzt muss ich erst mal erst mal gucken ob ich mir jetzt feile bauen kann was soll ja guck mal nach habe ich jetzt überhaupt ein bogen habe ich feile habe ich auch fünf nur um die dingens fertig zu machen die axt hat es ja gesagt brauche ich zähne und baumharz ne genau okay baumharz habe ich ja wo war es nur da 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 na 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 genau jawohl schön so kombiniert super es gibt hier auch noch eine feuerwehr axt beenden mit lt ich kann noch mehr machen geil ja ja oh ne boah moment ich mache die gerade voll ja ja macht das macht das steine können wir hier noch welche rauflegen ne voll schön habe ich jetzt zehn feile das reicht ja erst mal boah wie stark ich die machen kann ja weil ich so übelst viele zähne habe ja das hat sich jetzt ein totem ist ja das wollten wir auch noch bauen ich habe ein paar leichen teile die ganzen vögeleins fliegen hier rum die sollen noch runter kommen hier kommen sie nicht so was hat das jetzt was gebracht ich denke ich habe nur ein zahn dran wie kann das denn sein ich habe das kombiniert habe nur ein zahn dran das kombiniert jetzt auch mal vielleicht immer nur ein zahn nehmen und dann also du musst die achse in der mitte legen dann den baumharz und dann nimmst du mit der rechten maustaste halt ein zahn und mit der linken maustaste platzierst du das auf der auf deiner axt ja das mache ich ja und dann kommt dieses zahnrädchen kombinieren dann drückst du drauf und dann fertig habe ich aber trotzdem kann sie nur einen zahn aufnehmen warum keine ahnung also bei mir mach baumharz rein ein zahn dann kommt kombinieren und drücke hierauf und dann kann ich halt die zähne da auf meine axt bestücken auf beiden seiten kann ich das ach so jetzt sehe ich das glaube ich ja jetzt nicht nur ein moment das dauert gerade noch ein bisschen länger bei mir ja kein problem muss ja noch mal jetzt jetzt steige ich da erst hinter ja und hast die zeit wie kriege ich das jetzt kriegt das gar nicht weg noch toll jetzt habe ich dich nicht so schön so gut so jetzt machen wir das noch mal ach mein gott zack nein ein grab was hast du denn ich trauere hier am grab das ist ja geil ah ich jetzt ich habe es oh mein gott ich habe es verstanden eine möge hol sie dir ach so so jetzt habe ich zähne dran schön dranbleiben ja schön 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 so jetzt wollte ich noch einen stock holen und mir fünf feile zu machen und dann können wir los ja dann bin ich bereit kombinieren ich steig damit den kombinieren noch nicht ganz so durch wie viel 55 federn brauche ich ne genau also den stock und fünf federn und dann ist das fällig habe ich schön viele habe ich da jetzt noch mal zwei federn okay gut so das habe ich das habe ich das habe ich schön 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 federn kann man die auch an der axt machen ja das ist für schnelligkeit aber wie viele brauchst du dafür eine du kannst so viele du musst halt nur gucken weil wenn du zu viele zähne drauf hast dann geht das natürlich mehr okay man sieht ja so einen balken oder so einen energiebalken ja geht noch geht noch geht noch geht noch dann kannst du dir da rauf klatschen so schön ja ich bin zufrieden so aber ich speichere trotzdem einmal erst noch bevor wir gehen ja und dann geht's los so sei es bereits wunderbar dann auf auf mal gucken was wir da finden ja deswegen können wir mal gucken was wir so da so kriegen können so gehen wir am besten ich hab schon wieder einen stein gefunden mal hier lang gehen hier falls hier irgendwelche leute sind ach hier meine falle oh der ist noch nichts obwohl hier hasen laufen hier ist nämlich ein hase schwarze bären ich denke die könnte sollte man auch nicht essen äh ne ich glaube nicht halt hier ist so ein totem das müssen wir zerstören was machst du denn ja ich der stein ich hab's schon voll okay hier haben wir noch ein seil seil bin ich auch aktuell voll ich nehm mit körperchen was ist hier hier ist nix ein hase stoff die kommen uns doch bestimmt angreifen wenn die wissen dass wir hier waren oder ja das kann sein man kann da dynamit oder sowas rein machen hier oder was ist das hier für ein zeichen wo denn ach da ja das ist genau da kannst du dynamite rein machen und dann sprengst du im prinzip diesen kleinen felsen hier weg und dann kommst du unter ördisch weiter ah ok was ist los da war ein hase 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 ach so ein hase ja den kriegst du ja eh nicht ja sonst mit mit hier diese kleinen steine zum beispiel die könntest du auch verwenden um so einen hasen zu jagen also damit zu treffen ne moa könnte man so was haben wir denn hier noch da läuft ein hase die haben ganz schön viele hasen hier ja oh guck mal hier ist ein topf brauchst du nicht noch einen jo wo hier ist er wo bist du denn ach da hier topf habe ich schön oh da sitzt hier sind echt viele hasen ja ich glaube ich also ich nehme jetzt hier mal meinen bogen hier ja wollte ich auch gerade sagen ich nehme ich nutze jetzt mal die chance wo sind die jetzt hin ja das ist ja ein ding ähm wie macht man das wahrscheinlich hier mit spannen und dann ne ähm linke maustaste achso einfach nur so und dann loslassen ah ok voll daneben geschossen wieder daneben das kannst du jetzt nicht gehen die steuerung ist echt doof mit dem joystick boah was ach was denn ey ich hab ihn ich hab ihn ich glaub wir sollten hier unsere hasenfallen aufstellen ja das sollten wir vielleicht mal probieren wir brauchen zwei glaube ich zwei oder drei hasenfälle dann können wir nämlich ähm für die für die großen steine so einen rucksack bauen so eine tasche ja dann können wir nämlich zehn steine aufnehmen anstatt nur fünf ach die das mit den zielen das habe ich aber nicht so ne der ist weg die pfeile kannst du wieder einsammeln ne ach jetzt ist er abgehauen scheiße da ist ne hase lauf nicht weg kleines häschen hm er toppelt weg da hinten ist ein hase nicht so wirst du wo ich hingeschossen habe ey nein daneben wieder daneben meine güte ich glaube ich habe ihn ne ja perfekt ok mit dem zählen habe ich noch nicht raus das ist ein bisschen dumm gemacht also finde ich jetzt ich muss mal irgendwas ach so ich habe gar keine feine mehr was hast du gemacht oh host antwortet nicht ja so gut dass ich vorher gespeichert habe ja ich bin noch drin ich musste bloß einmal ganz kurz ähm ähm ich muss mal ganz kurz zitieren da 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 denn ich habe glaube ich nämlich noch meine webcam an ja äh huch jetzt ist sie weg ja webcam war an so na toll so jetzt habe ich sie auch wieder drin hier glaube ich hoffe ich mal aber ich finde meine feine nicht mehr wieder na du musst gucken halt wo du hingeschossen hast ja ja ist einfacher gesagt als getan hier sieht alles gleich aus scheiße oh es wird dunkel ich glaube wir sollten langsam ne genau also da würde ich jetzt auch sagen dass wir jetzt hier abhauen Hase die sind einfach so schießen habe ich ihn erwischt ne schade ich glaube wir bauen hier ich hebe mal deinen Pfeil auf so ich glaube wir bauen hier mal echt ein paar Hasenfallen hin da müssen wir zwar ein bisschen weiter laufen aber ist egal oder ja ich habe einen Hase hast du mich gerade erschrocken so den habe ich oh Gott sei Dank so jetzt komme ich aber hier jetzt schnell nach Hause ja vielleicht sollten wir hier irgendwie dann mal wenn es wieder hell wird ein paar Fallen auf aufzustellen ja ich meine das Lager sah sowieso ziemlich verlassen aus ne oh wir haben Hasen hier drinnen oh mein Gott echt? mach schnell die Tür zu mach schnell die Tür zu ich muss ja warten bis du kommst ah noch einer ja ich bringe einen Hasen mit so jetzt gucke ich mal also Hasenfell Hasenfell was ist denn das jetzt was habe ich da jetzt da gemacht hier ähm Stoffe Steinbeutel brauche ich ne nicht Stockbeutel was mache ich denn hier Steinbeutel so ne das nicht Blätter ne ein Seil zwei Seile drei Seile ah ok also drei Seile zweimal Hasenfell und einmal Stoff glaube ich war das jetzt so ja ich glaube um was zu machen dann hast du den Steinbeutel dann kannst du zehnmal Steine mitnehmen mhm 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 ich hab mir grad was zu essen draufgelegt ja erst mal ich hau mir mal auch hier was drauf und zwar hau ich mir jetzt ein Kaninchen hier drauf so ja das hat nicht gereicht ja ich häng mal meine ganzen anderen Sachen hier auch noch auf ich kann hier einen Kopf aufhängen ja ja klar von von so ein Dingern hier ne von so ein Einwohner ich will keinen Kopf aufhängen aber ich brauche baue auf jeden Fall so ein Totem noch ja klar so auf jeden Fall so gut also ich bin satt dann speichere ich auch wieder direkt ab hier ups so können wir direkt pennen ne genau genau ich glaube das müsste jetzt gehen das ist jetzt nicht genau ja geht nachtle gut nacht so schön ui ach die Sonne die strahlt ein neuer Tag hier liegt noch Fleisch drauf ja das ist meins ja ja erstmal ich gönn mir mal ich muss erstmal was trinken so so gut ach ja genau ich wollte mal so ein Totem bauen und dann denke ich machen wir uns weiter auf die Suche ne oder du wolltest ja auch vielleicht Höhle oder so gehen ne hattest du gesagt ja wenn du Bock hast klar dann könnten wir vielleicht das Katana uns holen also das Schwert hoch habe ich mich ich habe mich jetzt vor dem eigenen Tor hier erschreckt weil das ist echt gut das Schwert cool machen wir so ich muss erstmal gucken wo finde ich die Dinger denn wo finde ich ich haue mir nur mal ein Stück Fleisch rein hier ok so gut wo findet man das denn was denn diese ähm ach diese Totems ähm ganz ganz am Ende glaube ich war das ein Birdhouse ach ja jetzt habe ich es verstanden oh mein Gott wie geil ist das denn wir können uns ein Vogelhäuschen holen oh wie süß ist das denn also wenn du oben nach den diesen Dingern da gehst ist das der zweite blaue der zweitblaue hier der ja etwas dunkel aber vor dem gelben vor dem ah ich sehe ok Kopf genau kleines was habe ich denn da alles dann machen wir erstmal ein kleines hin ja mach mal wo stellst du das hin hier direkt hier wo die kleine Mauer ist wollte ich das hinstellen ja mach mal jetzt sehe ich es auch ach Bauchstecker schon fertig achso cool so und jetzt was macht man damit jetzt kann man das anzünden ah ok aber ich kann den Kopf irgendwie nicht drauf platzieren hm ne ich kann den Kopf nicht drauf platzieren hm hm vielleicht später vielleicht muss man das anz ich zünde das mal an hm ja toll jetzt haben wir einen brennenden Stock ja hm das ist ja jetzt doch hä ich verstehe das nicht ich ich rüste mal den Kopf aus eigenes Totem ja mit Kopf steht hier hm ah so ah ok toll toll jetzt brennt der aber ab ja cool ja warum nicht hm so gut ok bist du ausgerüstet soweit ja ähm gut dann lasset uns ähm ich weiß gar nicht mehr die Richtung ja wir switchern jetzt einfach mal ich weiß nicht wo lang müssen wir denn äh ich glaub hier lang nach links dann folg einfach mal ich renne hinterher gucken ob wir es irgendwie hinkriegen hier ach ne wir müssen da lang glaub ich nach rechts oder war es nach links ja wir müssen nach rechts wir müssen doch da lang Entschuldigung hm ja ich muss erstmal so ein bisschen orientieren das ist immer so eine Sache ok so hier ist der Strand dann müssen wir jetzt hier lang also ein Fahrrad wäre jetzt echt praktisch ja das wäre cool gut du bist noch da ja so jetzt irgendwann müsste noch ein Dörf hier entkommen oh meine Axt ist schon wieder weg ey ich warte ich hab da echt Probleme mit so ich bin wieder da spielst du noch mit Controller? mhm ok aber mit Tastatur muss ich immer dann so viel umbauen ja ja erste Nacht und fünf Nächte aha ok mhm hab ich auch bekommen oh oh sind das denn da für schöne Blätter oh die hier? ja hier sind auch Pflanzen die kannst du aufsammeln ne ok ok so dann müssen wir hier hoch hoffentlich kommt jetzt hier keiner wie kommt ein Katana eigentlich dahin? ja ich weiß nicht also das ist so hm es gibt ja auch eine Kettensäge hier also ja gut aber das könnte man schon eher erklären zum Beispiel der auf dem Boot aber ich meine wer hat da jetzt mal eben so ein japanisches Schwert rum äh mit dabei ne? also das läuft ja keiner einfach so damit rum ne eigentlich nicht aber ich weiß auch nicht aber ich war froh dass ich das Ding gefunden habe echt macht bestimmt richtig der Match ne? denn das war echt eine Qual dort hin zu gehen und das überhaupt zu finden das ist nämlich in der Höhle und wenn wir unten unten sind dann ist da diese hässliche Spinne jetzt weiß ich nicht warte mal jetzt müssen wir mal gucken hoffentlich bin ich jetzt hier richtig aber ich denk mal schon eigentlich müsste ich im Dorf gleich kommen und wenn ich das Dorf gefunden habe dann ist das auch nicht mehr weit ist das auch nicht mehr weit also die Plätze ändern sich nicht es ändert sich einfach nur wo du landest mit dem Flugzeug also jedes wenn du neu starten tust dann ändert sich das immer wieder ja immer wieder äh ist man denn woanders Bambi ach hier ist das Dorf ich hab ein Reh oh scheiße nicht ganz Mist ein Moment ein Moment na das kriege ich nicht mehr ach mein Gott ey das war so gut das sind sogar welche warte ich komm ich komm ich komm ich komm ich komm ich komm jetzt muss ich mal sehen dass ich hier weg komme wir haben die dich schon gesehen ne ne noch nicht so jetzt muss ich aber außen lang ja außen lang oh mein Gott da ist eine Insel also so eine kleine oh da könnte da hätte man auch bauen können obwohl dann hätte man immer rüber schwimmen müssen das wäre auch dumm gewesen jetzt muss hier gleich irgendwo ein Fluss kommen hm da hinten geht einer spazieren ja ja genau da musst du vorsichtig sein ich glaub ich glaub es hat einer auf mich geschossen schließen schließen die schließen ja nicht oder ich hab keine Ahnung eigentlich nicht ok kennst du den Horrorfilme Sedescent ne dann musst du dir angucken die Viecher hören sich genauso an echt? ja so ich hoffe ich bin jetzt hier flüchtig ja hier ist nämlich das Dorf wo ist denn jetzt hier der Fluss hin der Vogel hat mich voller schrocken ähm kommen wir jetzt am besten hier runter naja ne springen wir dumm ja ich glaube auch oder weil hier könnte man so ein bisschen runter ja hier geht so jetzt müssten wir gleich da sein hoff ich mal eine richtige Weltreise hier ja ja ein bisschen ist das hier müsste irgendwo gleich so ein Fluss sein ja hier ist der Fluss genau so jetzt sind wir gleich da jetzt müssen wir nur noch da hoch wo bist du? achso ich warte ach da so und dann war das der zweite Berg glaub ich also erstmal hier rüber also erstmal hier rüber so und jetzt ähm warte mal das ist der erste Berg hier ist der zweite Berg das heißt ne die Töne ne 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 hier müssen wir hoch oder? so rüber ich mich na hier ist es juhu das ist so dessen und oh mein Gott da geht es auch darum dass Leute in so eine unerforschte Höhle reinklettern und dann da so ganz viele Viecher auf einen warten ah ok alles sagt mir dass man das jetzt nicht tun sollte nicht bei mir hakt es gerade ziemlich ja das ist normal wenn du runter gehst einmal jetzt sehe ich gar nichts mehr ähm L drücken dann hast du Licht ach so so ok so ja klar mit einer Hand logisch mach ich jedes Mal zum Frühsport boah wie langweil ist das denn unten ja ein bisschen oh Gott ich krieg richtig Gänsehaut das ist kein gutes Zeichen hm das ist bei mir bei Horror Games immer so wenn ich Gänsehaut habe mhm ne gut ne ne noch ein Kopf ja Tuch Gott oh Gott ich hab ich glaube ich weiß wo die ganzen Passagiere sind ja so ein Dreh jetzt müssen wir hier hoch Moment Moment ich hab hier gerade eine Eingebung ja ja ich warte oben ich ich stell mir jetzt gerade vor wie lange haben die Flugzeugpassagiere denn überlebt dass sie das hier noch alles machen konnten ich weiß es nicht wo bist du wir müssen da hoch ok genau gut lass mich ja nicht allein hier ne ne jetzt müssen wir eh aufpassen wieso genau jetzt nicht nach nicht nach rechts gehen nach links gehen und so dicht wie möglich an der Wand bleiben äh Licht anlassen ist das in Ordnung ja das ist ok ja ja wieso an der Wand bleiben ähm weil er uns sonst sehen könnte wer hast du ihn nicht gesehen? nein achso na gut was war denn da da war der Spinnenmensch ups achso sollen wir den nicht töten? äh ne den kriegen wir noch nicht so schnell tot ok 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 wo bist du? da oh Gott so dann ich bin in einem Horrorfilm ja das ist echt oh Gott ich mach mal ne Fackel an ach ich hab gar keinen Stock mit ok dann oder ist das hier einer? oh so 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 ich mach die mal hier an dann sehen wir mal ein bisschen mehr guck mal kann ich ja mein Feuerzeug ja ich lass das mal an sicher ist ja ja kannst du anlassen sicher ist sicher falls ich verloren gehe oder so so hier musst du dich ducken ne? wie mach ich das? oh mein Gott ähm Steuerung äh warte mal aha ach die muss ich gedrückt ach Moment 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 ich muss grad mal eben gucken wie ich das ähm Moment ich muss mal eben zur Tastatur greifen ach jetzt muss man mit W ne? ja genau so Moment Moment weil auf dem Joystick weiß ich jetzt nämlich nicht wie ich das jetzt gemacht oh 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 hier ist das Katana ich hab's ja hast du das? ja sonst kannst du hier noch alles einsammeln was du so findest ich kann mir vorstellen ob das Katana hier ist das waren bestimmt irgendwie hier so Japaner die hier weiß ich nicht was verstecken wollten ja das durchaus möglich Dynamit ich weiß nicht ob ich das essen will hm 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 ja ja haben wir noch irgendwas ich hab grad was ach ne 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 ach guck mal da haben sie ihm das Tattoo abgeschnitten und dann da ach das ist ja guck mal da haben sie aufgehacken schön ne? Das nenne ich Kunst Ja, jetzt kriege ich gerade ein bisschen Scheiße, ich habe auch ein paar Wir sollten hier raus Ja, ich auch So, jetzt können wir auf Wieder zurück Was ist da hinten alles so? Wo, da? Ja, da hinten so Ich habe keine Ahnung Wenn du das nicht weißt, dann lass uns da nicht hingehen, bitte Ich bin nie weitergegangen Aber wir können es machen Aber du sagst ja, wir kommen Gegen den Dingens nicht an, wenn der uns jetzt Entgegen kommen würde, oder? Naja gut, wir haben jetzt das Katana Und zwar wir beide, also von daher Achso, das kann man jetzt direkt ausrüsten, ne? Ja Okay, lass mal hin Hier sind noch ein paar Getränke Tada, so Und schon fühle ich mich wesentlich mutiger Jo Na gut, dass wir weitergegangen sind Was ist denn das? Oh, eine Taschenlampe liegt hier drinne Hast du die? Wo, wo Jo Ne Das ist ja cool Jo Guck mal, hat sich doch gelohnt Ja, das hat sich auf den Fall gelohnt Gibt es dafür auch Batterien? Ich glaube Batterien habe ich schon mal irgendwo gesehen Wo ist sie denn beim Ach, da ist sie bei mir Ich mach die mal Ich mach mal ausrüsten Nö, sie hat Licht Ja Schon direkt Ich hab jetzt auch keine Batterieanzeige oder so Ne? Nö Scheint vielleicht unendlich zu sein Aber mit dem Licht sieht das irgendwie hier alles noch unheimlicher aus Oh ja So Was haben wir denn hier noch? Ich glaube hier ist gar nichts mehr Ähm Da liegt noch was, ne, oder? Ne Hier ist nichts Ne Nö Nö, mehr ist hier nicht Jetzt sind wir hier unten Oh, was haben wir denn hier? Tanks Genau, das ist für Ähm Für die Ähm Für die Motorsäge da Hm Ja Dann können wir wieder Musst du eben ein Schlückchen trinken Oh Warum muss ich hier eigentlich mich ducken und so? Ja, weil das ist Ich weiß nicht warum Jetzt kommt der angerannt Das muss aussehen Taschenlampe Katana Naja So Ich bin bereit Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dieser Spinnenmensch Ähm Alleine da ist Ne Da sind auch noch andere Zombies Ach hier Zombies Sag ich schon Die Einwohner So So Ne Was denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Ja, wir gehen wieder zurück Ja, ja Das ist er Du bist weg Was? Du bist weg Oh mein Gott Oh, da bist du Der Host 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 Ich hab keine Ahnung, wie man das ausspricht Ey War gerade Der Server war gerade wieder weg So Echt? Sollen wir ihn uns jetzt schnappen oder eher nicht? Ja, können wir machen Ich rüchte Rüste mich mal aus Wär es nicht vorteilhaft, wenn wir hier irgendwie erstmal schnell ein Lager irgendwie errichten und uns dann das eben abspeichern? Ähm Haben wir so viel Material? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich guck mal eben schnell Ja Hier, vorübergehende Unterkunft kann man machen, ne? Ja, genau Also Blätter hab ich genug Ja, das hab ich auch Gut Probieren wir mal So Stöcker Stöcker fehlen uns Nein Hast du keine mehr? Nein Dann können wir es auch abreißen Ja Toll Das hat nichts gebracht Nee Ja, okay Und wenn wir jetzt sterben, was passiert dann? Iiiiii Direkt sterben tun wir nicht als erstes Bist du Er ist weg Bist du hässlich Was ist mit denen? Die stehen so komisch auf Ja Ja, das sind die Einwohner Hallo So, jetzt geht's los Okay Ich bin sowas von tot Ich bin tot Alter, hackt das bei mir, ey Ich bin tot Echt? Ich sterbe Ich sterbe Oh mein Gott, ich werd gefressen Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Ich bin im Flugzeug Ja Oh, jetzt sag aber nicht Ich hab alles Ich hab alles verloren Okay, ich bin auch tot Scheiße Es ist alles weg Alles Es ist alles weg Oh nein, ich hab so schön gesammelt Also nochmal in die Höhle rein Aber definitiv Äh, das Vieh nicht angreifen Genau Oh, hast du mich erschrocken, mein Gott Ja Aber ich muss mal eben ganz schnell eine Pause machen Okay Wollen wir hier so lange warten? Äh, wenn du willst Du musst rauchen gehen Genau Okay, mach das Ich sammle hier mal schon mal am Flugzeug Alles klar Gut, bis gleich Bis gleich Bis gleich